Musik Liebe Pokerfreunde, wir möchten Ihnen gratulieren. Mit dem Poker-Seminar haben Sie ein Produkt erworben, mit dessen konsequente Anwendung Sie Ihr eigenes Spiel garantiert verbessern werden. In diesem Seminar geht es um Erfolg im Pokerspiel und es geht dabei natürlich um Ihren Erfolg. Wir wünschen Ihnen Freude dabei und lehrreiche Unterhaltung. Allgemein gilt, zum Thema Poker gibt es viele gute Sachbücher und Veröffentlichungen und man kann eigentlich nur empfehlen, sie möglichst alle zu studieren. Allerdings erfordert das, und von den Kosten einmal ganz abgesehen, sehr viel Zeit. Zeit, sie alle zu lesen, Zeit, die Guten von den Schlechten zu trennen und die Zeit, das Wesentliche zu erkennen und auf den Punkt zu bringen. Für alle Spieler, die das nicht auf sich nehmen möchten, haben wir in diesem Poker-Seminar für Sie sehr viel komplexes und geballtes Poker-Wissen, einfacher aufbereitet und fachgerecht dargestellt, das Wesentliche extrahiert, gebündelt und hervorgehoben, alles Überflüssige verworfen und die Essenz komprimiert und verdichtet. Dieses Seminar ist darauf ausgerichtet und angelegt, den durchschnittlichen Pokerspieler in kürzester Zeit für ein sehr professionelles Level und eine korrekte und gewinnorientierte Spielweise zu qualifizieren. Um den dafür auf das Wesentlichste konzentrierten Inhalt beizubehalten und nicht unnötig aufzubauschen, haben wir vorausgesetzt, dass den Interessenten die grundsätzlichen Poker-Regeln bekannt sind. Für alle Spieler mit Nachholbedarf und Defiziten an Basiswissen stellen wir auf unserer Website www.pokerschule.de eine sehr detaillierte Videoanimation zur Verfügung. Noch zu beachten gilt, zu allen allgemeingültigen Informationen ist unser Seminar auf die weltweit beliebteste Spielvariante Texas Hold'em No Limit und auch auf die Situation Online-Turnier ausgerichtet. Besonders bei Turnieren können mit kleinstmöglichen Einsätzen die höchsten Gewinne erzielt werden. So ist es in Turnieren durchaus keine Ausnahme, dass mit weniger als 100 Euro Einsatz deutlich mehr als 100.000 Euro gewonnen werden. Viel Spaß, Lernerfolg und alle Zeit ein gutes Blatt wünscht Ihnen das Team pokerschule.de Ist Poker nur ein Glücksspiel? Wie Sie Ihr Pokerglück maximieren? Sicher gibt es im Pokerspiel und insbesondere in einzelnen Situationen einen Glücksfaktor. Den jedoch niemand berechnen kann. Sicher ist aber auch, dass auf lange Sicht und aufgrund der Wahrscheinlichkeitsrechnung jeder Pokerspieler ungefähr die gleiche Anzahl von schlechten wie auch von guten Händen bekommen wird. Du wirst feststellen, dass du wie jeder andere auch unglaubliches Glück als auch unwahrscheinliches Pech haben wirst. Der Könner wird dabei sein Glück maximieren und in schlechten Phasen die Verluste minimieren. Der Glücksfaktor spielt seine größte Rolle vor allem dann, wenn in einem Turnier die Blinds beständig steigen und ein Spieler mit zu wenigen Chips seine korrekte Spielweise zwangsläufig der dann notwendigen Risikobereitschaft unterordnen muss. Die Blinds sind der jeweils vorgeschriebene Zwangseinsatz, bevor die Spieler ihre Karten bekommen. In einem Turnier ist es oft so, dass nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel alle 15 Minuten, die Blinds erhöht werden. Poker ist ein sehr komplexes Spiel. Daher ist es beispielsweise dem komplizierten Schach viel näher als dem einfachen Roulette. Der Glücksfaktor wird beim Poker oft überschätzt. Der Glücksfaktor dient dabei aber den Verlierern bzw. den schlechten Spielern gerne als willkommene Ausrede. Und weil sie an ihr Glück glauben, zieht es sie immer wieder an die Tische, um noch mehr Geld zu verschenken. Poker ist kein Mau-Mau. Es ist ein Kartenspiel auf allerhöchsten Niveau. Ein Spiel für Könner und Genießer. Man kann vielleicht an einem Tag die Regeln lernen, aber das Spiel zu meistern, wird weitaus mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn du nicht bereit bist, beständig zu lernen und dich weiterzubilden, wirst du auf lange Sicht und im Saldo ganz sicher immer zu den Verlierern gehören. Also kann auch gar nicht genug darüber nachgedacht werden, ob man es sich wirklich zutraut, damit beständig Geld zu verdienen. Nicht umsonst heißt es, dass man erst tausende Hände gespielt haben muss, um als erfahrener Spieler zu gelten. In einem Turnier mit zum Beispiel 1500 Spielern und 150 Gewinnplätzen landen etwa 10% im Geld. Und nur für 1% und weniger, beziehungsweise nur für die Plätze am Final Table, hat es sich wirklich gelohnt. Der Final Table wird als der Tisch bezeichnet, an dem die letzten Spieler des Turniers, die noch nicht ausgeschieden sind, gegeneinander spielen. Ein Spieler muss daher schon zu den ersten 10% gehören, damit er überhaupt sein Buy-In wieder herein holt. Buy-In ist der Einsatz, den ein Spieler für die Teilnahme an einem Turnier an den Turnierveranstalter entrichten muss. Aus der Summe aller Buy-Ins ergeben sich dann meist auch die Preisgelder. Die Eigenschaften eines guten Pokerspielers Erfahrung, Geduld und Disziplin Beim Pokerspiel geht es darum, jede Hand korrekt, also mit der maximalen Gewinnaussicht zu spielen. Das erfordert umfangreiche Kenntnis, ständige Aufmerksamkeit, Erfahrung, Geduld und Disziplin und auch Mut, denn manchmal musst du bereit sein zu sterben, um überleben zu können. Geduld und Disziplin Man kann gute Starthände nicht herbeizwingen und gerät schnell in Versuchung, schlechte und mittelmäßige Hände zu spielen. Und das ist dann die beste Voraussetzung, um an einem Pokertisch seine Chips schneller zu verlieren, als man sie eingekauft hat. Die Starthände sind die Karten, die man verdeckt bekommt, die nur der jeweilige Spieler selbst kennt. Was gute Starthände sind, erkläre ich später noch genau. Je mehr Mitspieler, desto weniger ist deine Hand wert, da die Wahrscheinlichkeit, dass bessere Hände im Umlauf sind, mit der Anzahl der Spieler steigt. Auf gute Hände zu warten, erfordert viel mehr Geduld und Disziplin, als es sich hier schnell und leicht beschreiben lässt. Kenntnis und Aufmerksamkeit Jeder gute Spieler muss, ohne nachzudenken, in jeder Situation regelfest sein. Online-Poker ist ein sehr schnelles Spiel und kein Player kann die wenigen Sekunden damit vergeuden, um über Regeln, Rangfolgen und Wertigkeiten etc. nachzudenken. Wenn du eine Hand spielst, musst du 100%ig aufmerksam sein. Du musst dann vielleicht über 4 Wettrunden die richtigen Entscheidungen treffen und kannst gerade beim No-Limit-Spiel mit nur einer falschen Entscheidung alles zunichte machen. Zur Veranschaulichung. Es gibt insgesamt 4 mögliche Wett- oder Bitrunden. Runde 1 beginnt nach der Start-Hand und endet vor dem Flop. Runde 2 beginnt nach dem Flop und endet vor dem Turn. Runde 3 beginnt nach dem Turn und endet vor dem River. Runde 4 beginnt nach dem River und ist die letzte aller möglichen Bitrunden. Erfahrung und Fachwissen sind unerlässlich und du bekommst sie nur durch viel Spielpraxis und Lernbereitschaft. Der entscheidende Unterschied zwischen einem guten Pokerspieler, Hai genannt, und einem schlechten Spieler, Fisch genannt, besteht darin, dass der gute Spieler in der Summe mehr richtige Entscheidungen trifft als der schlechte Spieler. Die grundsätzliche Einteilung nach Spielertypen. Stonekiller, Rock, Maniac und Calling Station. Es werden folgende Fachbegriffe benutzt, die bei der nachfolgenden Beschreibung der Spielertypen in verschiedenen Kombinationen verwendet werden. Es ist in jedem Pokerspiel von ganz entscheidender Bedeutung, dass du deine Gegner möglichst schnell und richtig typisierst. Tight, der Tight-Spieler spielt wenige Hände. Loose, der Loose-Spieler spielt viele Hände. Aggressive, der Aggressive-Spieler wettet oft. Passive, der Passive-Spieler wettet wenig. Spielertyp 1 bezeichnet den Stonekiller. Der Stonekiller spielt Tight-Agressive. Spielt also wenige Hände, Tight, und wettet oft. Aggressive. Er spielt in der Regel nur die guten Starthände, aber dann auch Aggressive mit Re-Race bis All-In. Zur Erinnerung, Re-Race ist das nochmalige Erhöhen eines Spielers in einer Beat- oder Wettrunde. All-In bedeutet, dass ein Spieler alle seine noch verbleibenden Chips setzt. Der Stonekiller ist in weniger als 30% aller Hände. Seine Starthände sind oft nur aus den ersten Rängen. Die Rangfolge der Starthände werde ich später genau darstellen. Jetzt nur einige Beispiele. Ass-Ass, König-König, Dame-Dame, Ass-König, Bube-Bube, Ass-König-Suited, das heißt beide von einer Farbe. Hier Karo. Abwehr und Strategie gegen den Stonekiller. Ebenfalls sehr tight spielen und abwarten, bis der Gegner mit nur der Second Best Hand in die eigene Best Hand hineinläuft. Die Second Best Hand ist, wie der Name schon sagt, die zweitbeste Hand in einer Pokerrunde und kann, da sie aufgrund ihrer Qualität oft sehr verführerisch ist, sehr leicht zu hohen Verlusten führen. Bewertung des Spielertyps Stonekiller Diese Spielweise wird von vielen Playern als die beste und sicherste angesehen. Sie ist daher gerade dem Anfänger unbedingt zu empfehlen. Insbesondere, weil die Entscheidungsfindung am einfachsten ist. Entweder du hast eine gute Starthand oder nicht. Entweder du triffst den Flop oder triffst ihn nicht. Spielertyp 2 bezeichnet den Rock. Der Rock spielt tight passive. Spielt also wenige Hände tight und wettet wenig passive. Er spielt in der Regel ebenfalls nur die guten Hände. Ass Ass König König Dame Dame Ass König Offsuit, also nicht von einer Farbe Bube Bube Ass König Suited, also beide Karten wieder von einer Farbe. Der Rock wettet aber auch dann nur sehr konservativ. Und er ist in weniger als 25% aller Hände. Abwehr und Strategie gegen den Rock Ebenfalls tight spielen und abwarten, bis der Gegner mit nur der Second Best Hand in die eigene Best Hand hineinläuft. Man kann diesen Spielertypen, der eher nur checkt oder mitgeht, jedoch leichter unter Druck setzen als den Stonekiller. Checken bedeutet schieben, das heißt weiter mitspielen ohne erneut zu setzen. Spielertyp 3 Abwehr und Strategie gegen den Maniac Der Maniac ist der mit Abstand unangenehmste Gegner, da man kaum weiß, woran man bei ihm ist. Du solltest Passive spielen und dem Maniac die Wettarbeit überlassen. Natürlich kannst du auch mal mit einer weniger starken Hand gegen ihn spielen. Oft wird der Maniac im Showdown die schlechtere Hand haben. Als Showdown bezeichnet man das Aufdecken der Karten nach der letzten Wettrunde. Spielertyp 4 Spielertyp 4 bezeichnet die Calling Station. Die Calling Station spielt Loose Passive. Spielt also viele Hände, Loose, und wettet wenig, Passive. Zu erkennen daran, dass dieser Spieler fast immer mit dabei ist, aber trotzdem nur selten erhöht. Es ist die mit Abstand schlechteste Spielweise. Die Calling Station ist in deutlich mehr als 30% der Hände. Abwehr und Strategie gegen die Calling Station Einfach teig mit guten Karten wenige Hände spielen. Die Calling Station wird fast alles bezahlen und oft verlieren. Dieser Spielertyp ist für die anderen Player die Goldgrube am Tisch. Diese Einteilung ist natürlich nicht statisch anzusehen. Insbesondere, da jeder gute Player versuchen wird, sein Spiel zu variieren, um seinen wahren Typ bestmöglich zu verbergen. Grundsätzlich wird die Tight-Aggressive-Kombination als die beste und vielversprechendste Spielweise angesehen. Zur Erinnerung, das ist die Variante des Stone-Kellers. Und die Loose-Passive-Kombination wird als die schlechteste und verlustreichste Variante angesehen. Zur Erinnerung, das ist die Spielweise der Calling Station. Das korrekte Spiel in den einzelnen vier Wettrunden. Nach der Starthand, dem Flop, Turn und River. Hier die korrekte Spielweise am Beispiel eines Tight-Aggressive-Spielers. Grundsätzlich gilt, dass es im Poker keinen Königsweg gibt, also auch keine Antwort X auf eine Spielsituation Y. Dafür spielen einfach zu viele Parameter bzw. Details eine Rolle und somit lassen sich auch keine Situationen zu 100% miteinander vergleichen. Trotzdem gibt es recht eindeutige und konkrete Richtlinien, an denen sich eine korrekte Spielweise festmachen lässt. Loslassen können Der Laydown ist eines der stärksten Spielzüge im Poker und hat nichts mit Schwäche zu tun. Laydown bedeutet zu passen, auch wenn es eine relativ gute Hand ist, da man Grund zur Annahme hat, dass noch eine bessere Hand im Spiel ist. Wenn vor dir zum Beispiel schon zweimal erhöht wurde, dann sollte deine Starthand schon fast ein Monster sein. Als ein Monster oder Monsterblatt bezeichnet man eine sehr gute Hand, die nur schwer geschlagen werden kann. Beachte, nicht verlorenes Geld ist genauso wertvoll wie gewonnenes Geld. Erhöhe, solange du glaubst, die bessere Hand zu haben. Grundsätzlich ist es jedoch richtig, den Pot schnellstmöglich abzuräumen und die Mitspieler aus ihren Chancen zu vertreiben. Als Pot bezeichnet man den augenblicklichen, gesamten Einsatz an Chips in der Tischmitte. Variiere dein Grundsystem und deine Wettmuster in kostengünstigen Situationen, sonst bist du für die Profis lesbar wie ein offenes Buch. Sei dir bewusst, dass es zu maximal vier Wettrunden kommt und eine falsche Entscheidung sich schnell potenziert und immer teuer werden kann. Die erste Bietrunde ist dabei die einfachste. Entweder du hast eine gute Starthand oder du hast sie nicht. Nach dem Flop sind auf einmal 60% des Boards aufgedeckt und es folgt die zweite Bietrunde. Als Board bezeichnet man die offenen Gemeinschaftskarten auf dem Tisch. Ein sehr entscheidender Moment und es wird weitaus komplizierter, da du erstmalig und sehr konzentriert überlegen musst, welche oft vielfältigen Kombinationen für dich und deine Gegner möglich sind. Es ist eine hohe Kunst, das Board korrekt lesen zu können, weil die Zeit erbarmungslos abläuft. Im Online-Poker stehen pro Entscheidung nur ca. 15 Sekunden zur Verfügung. Einige Situationen gelten jedoch für jedes Board grundsätzlich. Der Flop zeigt gleich mehrere gleiche Farben. 4, 7 Bube in Karo. Also besteht Flash-Gefahr. Der Flop zeigt ein paar Buben und eine 5. Also Drilling, sogar Vierling oder Full House möglich. Oder mehrere zusammenhängende Werte. 5, 6, 7 Also ist eine Straße möglich. Wenn der Flop also diese Muster anzeigt, solltest du deine weiteren Aktionen gut überlegen. Bedenke, es folgen noch zwei Wettrunden, die dich viel Geld kosten können. Schau, was du jetzt hast und betrachte deine Chancen. Was nützt dir eine Starthand? Ass-König. Oder sogar eine Starthand? Ass-Ass. Wenn der Flop jetzt z.B. 6, 7, 8 und alles in Karo aufzeigt. Also Flash-Gefahr. Die Wahrscheinlichkeiten, die wir noch ausführlich erläutern und berechnen werden, sprechen hier klar gegen dich und somit sollten bei dir alle Alarmglocken klingeln. Hast du selbst nach dem Flop einen Draw, also die Chance auf ein gutes Blatt, gibt es, mathematisch gesehen, eigentlich nur zwei spielbare Varianten und auch nur, wenn dir vor dem Turn und River nur noch eine Karte dazu fehlt. Zum einen ist es die Open and Straight. Als Open and Straight wird eine Straße bezeichnet, die sowohl nach oben als auch nach unten zu einer Straße vervollständigt werden kann. Und der Flash-Draw. 4, 6, 7, Bube. Hier fehlt z.B. nur noch ein Karo, um den Karo-Flash zu vervollständigen. In beiden Fällen liegt die Trefferwahrscheinlichkeit bei ca. 32 bis 36%. Darunter sollte man es nicht riskieren. Und der Glücksfaktor wird viel zu hoch. Beachte, gerade beim Flash-Draw ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ein Gegenspieler auch einen Flash-Draw hält. In unserem Beispiel gewinnt dann derjenige, der die höchste Karo-Karte auf der Hand hat. Eine Ausnahme hierzu besteht, wenn sich nach dem Showdown der höchste Flash aus den offenliegenden 5 Gemeinschaftskarten ergibt. Dann gäbe es einen Split-Pod. Das heißt, die noch im Spiel verbleibenden Player teilen sich den Pod. Mache nie den Fehler, irgendwelchen anderen Draws nachzujagen, wenn die Wahrscheinlichkeitsquote viel zu gering ist. Dass ein Paar noch zum Set Drilling wird, ist nach dem Flop nur noch zu 8% wahrscheinlich, selbst wenn dir das auch mal gelingt. Was glaubst du wohl, wie oft das wohl gut gehen wird? Rechne immer nach. Lasse dich niemals und nur aus der Hoffnung heraus in zu kleine Wahrscheinlichkeiten bei zu hohen Wetten hineinziehen. Jetzt folgt die Bietrunde nach dem Turn. Wenn du bis jetzt auf deine Karte gewettet und für die aktuell beste Karte eingeschätzt hast, solltest du auch konsequent weiterwetten, sofern du durch die Turn-Karte keine weitere Bedrohung feststellen kannst. Es ist grundsätzlich ein Fehler, dem Gegner jetzt durch passives Verhalten die letzte Karte zu schenken und ihm doch noch eine Verbesserung treffen zu lassen. Außerdem ist es in der Regel die letzte Möglichkeit, den Pod zu mästen. Wenn die Gegner auf dem River nicht endlich treffen, bekommst du keinen Cent mehr aus ihnen heraus, es sei denn, sie bluffen. Zuletzt folgt die Bietrunde nach dem River und Draws gibt es nicht mehr. Man hat sie jetzt getroffen oder nicht. Jetzt sollte man nochmals versuchen, seine Gegner auf ihre Hände zu setzen. Das heißt, sich vorzustellen, was sie wohl aufgrund ihres ganzen bisherigen Verhaltens haben könnten. Eine weitere extrem hohe Wette anzubieten, wäre falsch. Es sei denn, du willst bluffen oder hältst eine unschlagbare Hand. Den Gegner auf die annähernd richtige Hand zu setzen, ist wohl die höchste Kunst im Pokerspiel. Rangfolge der Hand- bzw. Startkarten Monsterhände, Marginal Hands, Suited Connectors und mehr Für die Wertigkeit bzw. die Rangfolge der Startkarten gibt es unterschiedliche Listen und Tabellen, aber die Unterschiede sind nur geringfügig. Hier eine dieser Rangfolgen von Platz 1 bis Platz 25 bis Rang 5 bis Rang 10 bis Rang 15 bis Rang 15 bis Rang 25 Die Wahrscheinlichkeit, eine dieser Hände zu bekommen, liegt bei nur ca. 11%. Je höher die Startkarten, desto besser, denn im Zweifel gewinnt natürlich das höhere Paar, der höhere Kicker, die höhere Straße und so weiter. Als Kicker wird die jeweils höchste zusätzlich vorhandene Handkarte bezeichnet, sofern der Kicker nicht auf dem Board liegt. Je besser meine Position ist, desto schwächer kann meine Starthand sein. Und natürlich kommt es darauf an, wie sich die Mitspieler vor mir verhalten haben. Wenn ich z.B. ein paar Neuner habe und vor mir schon erhöht wurde, ist diese Hand grundsätzlich weniger wert, als wenn vor mir z.B. schon alle ausgestiegen sind. Spiele mehr Hände aus der Late Position als aus der Early Position. Late Position ist die strategisch beste Position, also eine späte bzw. die letzte Position in einer Wettrunde, im Gegensatz zur strategisch weit schlechteren Early Position, also einer frühen bzw. der ersten Position. Je weniger Mitspieler, desto wertvoller ist meine Hand. Daraus folgt, dass man im Heads-Up weit über 50% der Hände spielen kann, während es an einem Zehner-Tisch nur noch die guten Starthände sein sollten. Als Heads-Up wird ein Duell zwischen nur zwei Spielern bezeichnet. Im Turnierpoker sind es also die beiden letzten Spieler. Monsterhände sind die Ränge 1 bis 5, die man aus jeder Position heraus spielen kann und vor dem Flop, z.B. mit dem dreifachen Big Blind, erhöhen könnte. Zur Erinnerung, Monsterhände sind Ass-Ass, König-König, Dame-Dame, Bube-Bube, Ass-König-Suited. Marginal Hands sind auf den ersten Blick starke Hände, aber aufgepasst, oft füttern diese Hände die Monsterhände und sind die vielfach und zurecht gefürchtete Best Second Hand, wie z.B. Ass-Dame-Suited, Ass-Bube-Suited, Ass-König, König-Dame-Suited, König-Bube. Je weiter wir in der Rangfolge nach unten wandern, desto größer ist die Gefahr, dass wir im Laufe des Spiels geschlagen werden. Denke immer an all die Hände, die deine noch übertreffen können. Mittlere und kleine Suites Connectors, z.B. 8-9 oder 4-5 jeweils suited, sind Startkarten von gleicher Farbe, die zudem von ihrer Wertigkeit direkt aufeinander folgen. Also haben sie Straßen- sowie auch Flash-Potenzial. Wenn diese Karten den Flop treffen, hat man gute Chancen auf einen großen Pott. Wenn nicht, dann lieber weg damit. Kleine Paare, wie z.B. ein Paar Fünfer, sind grundsätzlich gefährlich, da die Chancen, dass jemand ein höheres Paar hält, doch sehr groß sind. Natürlich gibt es Chancen auf einen Drilling oder gar Full House, aber die Nachteile überwiegen. Schlechte Karten sind alle Bildkarten mit kleiner Beikarte, egal ob suited oder off-suited, weil die Gewinnchancen einfach zu gering sind. Z.B. König 5, Junge 4, Dame 6, suited Bei jeder Durststrecke bzw. dem nervtötenden Warten auf gute Startkarten ist es sehr verlockend, solche zuvor genannten Hände zu spielen. Zur Erinnerung. Aber selbst wenn ich einen König auf dem Flop treffe und das Top-Pair halte, ist der Kicker sehr niedrig und die Gefahr des Second-Best-Hands sehr groß. Diese Hände können sehr teuer werden oder wir brauchen viel Glück dabei und darauf wollen wir uns beim Poker doch so wenig wie möglich verlassen. Im Poker geht es darum, möglichst viele gute Entscheidungen mit maximaler Gewinnaussicht zu treffen und jede weggeworfene, schlechte Hand ist eine gute Entscheidung. Die Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung beim Pokerspiel Outs, Odds und wie man sie nach Faustformeln berechnet. Es werden folgende Begriffe benutzt. Outs, die Anzahl der Karten, die ich noch brauche, um meine Hand zu verbessern. Odds, die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel im Prozent, um meine Hand zu verbessern. Pot-Outs, das Verhältnis zwischen dem Geld, welches ich zum Mitgehen bringen muss und dem Geld, welches bereits im Pot liegt. Break-Even-Point Der Punkt, an dem die Odds und die Pot-Outs gleich groß sind. 2-4-Regelung Die Faustformel, mit der die Odds leicht zu berechnen sind. Bekommen Sie kein Schrecken. Die Begriffe werden später noch ausführlich erklärt und dargestellt. Du hast Dame 6 suited und im Flop liegen. Dame 9 ass Also hast du ein Damenpaar und gleichzeitig einen Herz-Flash-Draw und der Gegner vor dir hat erhöht. Was soll man tun, wenn man dem Gegner durchaus die Starthand ass mit hohem Kicker zutraut? Zum Beispiel Ass-König. Jetzt kann uns die Berechnung der Odds weiterhelfen. Das Pokerspiel hat 52 Karten. Davon sind 13 Herz-Karten. 2 davon hast du selbst. Die Dame und die 6 und 2 liegen auf dem Board. Die Herz 9 und das Herz Ass. 13-4 Es verbleiben noch 9 ausstehende Herz-Karten. Das ist die Anzahl der Odds, die dir noch helfen können. Wir können auch noch die 2 ausstehenden Damen hinzuzählen und haben insgesamt 11 Outs, die dein Blatt verbessern können. Die verbleibenden 9 Herz-Karten und die beiden Damen. Ohne hier die korrekte Formel abzuleiten, bedienen wir uns einfach der 2-4-Regelung, um die Odds zu berechnen. Nach dem Flop und vor dem Turn Outs mal 4 gleich Wahrscheinlichkeit Odds in Prozent. Vor dem River Outs mal 2 gleich Wahrscheinlichkeit Odds in Prozent. Für unser Beispiel heißt die einfache Rechnung also 11 Outs mal 4 gleich 44% Wahrscheinlichkeit Odds, dass auf dem Turn oder dem River entweder eine Dame oder die ersehnte Herzkarte kommt. Zur Erinnerung, wir hatten als Starthand Herz-Dame und Herz 6 und im Flop liegen Pick-Dame, Herz 9 und Herz Ass. In 44 von 100 Fällen kommt also noch unsere Karte. Nehmen wir jedoch an, dass wir auf dem Turn nichts treffen. Es kommt als Beispiel die Kreuz 2. Nach dem Turn lautet die letzte Rechnung dann 11 Outs mal 2 gleich 22% Wahrscheinlichkeit Odds, dass auf dem River doch noch eine Dame oder Herzkarte kommt. Wir können uns dabei gar nicht deutlich genug machen, dass 22% Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass in nur 22 von 100 Fällen auch tatsächlich eine Karte kommt, die unseren Flasch oder Drilling vervollständigt. Also wird unsere Rechnung, die erwünschte Hand zu bekommen, in nur circa jedem fünften Spiel aufgehen. Ein wirklich schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis. Vor dem Turn die Outs mal 4 und vor dem River mal 2 ist gleich die Wahrscheinlichkeit Odds für die gewünschte Verbesserung. Je höher die Odds, desto besser. Man kann gar nicht genug davor warnen, sinnlosen Draws hinterherzulaufen. So stehen die Chancen für einen Drilling nach dem Flop nur bei 8%. 2 Outs mal 4. Auch wenn das mal gelingt, wie oft wohl. Also bei nur 8% Wahrscheinlichkeit Odds doch wirklich äußerst selten. Tatsächlich nur in circa jeder zwölften Situation. Eine weitere Entscheidungshilfe sind die Pot-Outs. Zur Erinnerung. Pot-Outs bezeichnen das Verhältnis zwischen dem Geld, welches ich zum Mitgehen bringen muss, und dem Geld, welches bereits im Pot liegt. Jetzt haben wir für unsere Beispiel vor dem Turn also Odds von 44%, dass wir die unterstellten zwei Asse des Gegners noch schlagen können. Wir haben Herz-Dame und die Herz-Sechs auf der Hand. Im Flop kommt Pick-Dame, Herz-9 und Herz-Ass. Wir vermuten, dass unser Gegner ein Ass auf der Hand hat. Ab jetzt ist es jedoch fast nur noch mit dem Taschenrechner zu bewältigen oder man muss sehr gut im Kopfrechnen sein, da die Prozentzahl für die Pot-Outs nicht so einfach zu ermitteln ist wie die der Odds. Die Pot-Outs. Im Pot befinden sich aktuell 80 Euro, nachdem der Spieler vor mir gerade 20 Euro gesetzt hat. Du musst also 20 Euro callen, um weiter mitspielen zu können. Aus diesen Zahlen können wir jetzt die Pot-Outs berechnen. In unserem nachfolgenden Beispiel zeigen wir ein praktikables Rechenmodell, das du mit einiger Übungen durchaus schnell im Kopf überschlagen kannst. Somit gewinnst du eine sehr wertvolle Entscheidungshilfe darüber, ob du im Spiel bleiben solltest oder nicht. Wir rechnen Pot durch Einsatz. In diesem Beispiel 80 durch 20 ergibt 4. 100% geteilt durch 4 gleich Pot-Outs in Prozent. 100% durch 4 ergeben 25% Pot-Outs. Ein anderes Beispiel. Im Pot befinden sich aktuell 100 Euro, nachdem der Spieler vor mir gerade 5 Euro gesetzt hat. Du musst also 5 Euro callen, um weiter mitspielen zu können. Wir setzen die Zahlen wieder in unsere Formel ein. Wir rechnen wieder Pot durch Einsatz. In diesem Beispiel 100 durch 5 ergibt 20. 100% geteilt durch 20 gleich Pot-Outs in Prozent. 100 durch 20 gleich 5% Pot-Outs. 5% sind ein sehr gutes Pot-Outs-Verhältnis, da schon 100 Euro im Pot liegen und du mit nur 5 Euro weiter im Spiel bleiben kannst. Je kleiner meine Pot-Outs sind, desto besser. Ein anderes Beispiel. Im Pot befinden sich aktuell 150 Euro, nachdem der Spieler vor mir gerade 100 Euro gesetzt hat. Du musst also 100 Euro callen, um weiter mitspielen zu können. Wir setzen die Zahlen wieder in unsere Formel ein. Wir rechnen erneut Pot durch Einsatz. In diesem Beispiel 150 durch 100 ergibt 1,5 100% geteilt durch 1,5 gleich Pot-Outs in Prozent. 100 durch 1,5 ergeben 66,6% Pot-Outs. 66,6% ist weit schlechteres Verhältnis, da erst 150 Euro im Pot liegen und du 100 Euro bringen musst, um im Spiel zu bleiben. Je höher ein Einsatz, desto schlechter werden die Pot-Outs für nachfolgende Spieler. Spiel und nicht spielbare Situationen Wir erinnern uns an die Spielsituation. Herz-Dame Herz-6 Pick-Dame Herz-9 Herz-Aß mit 11 Outs 9 Herzen plus 2 Damen mal 4 gleich 44% Wahrscheinlichkeit Odds, dass auf dem Turn oder dem River entweder eine Dame oder eine Herz-Karte kommt. Um die Spielbarkeit zu ermitteln, muss ich jetzt die Werte von Odds und Pot-Outs vergleichen. Im letzten Beispiel, also 44% Odds und 66,6% Pot-Outs. Sind die Odds größer als die Pot-Outs, haben wir rein mathematisch gesehen eine positive und spielbare Situation. In unserem Beispiel haben wir eine negative, eine nicht spielbare Situation, da 44% kleiner als 66,6% ist. Gleichstand wäre der Break-Even-Point. Wir betrachten das folgende Beispiel. Im Pot befinden sich aktuell 80 Euro, nachdem der Spieler vor mir gerade 20 Euro gesetzt hat. Du musst also 20 Euro callen, um weiter mitspielen zu können. Aus diesen Zahlen können wir jetzt die Pot-Outs berechnen. Wir erinnern uns an die Spielsituation. 11 Odds 9 Herzen plus 2 Damen mal 4 44% Wahrscheinlichkeit Odds, dass auf dem Turn oder dem River entweder eine Dame oder eine Herzkarte kommt. Da die Odds 44% größer als die Pot-Outs 25% sind, ergibt sich daraus rein mathematisch gesehen eine positive Gewinnerwartung, eine sogenannte spielbare Situation. Zum besseren Verständnis nehmen wir einmal an, dass wir diese Situation 100 mal spielen würden. 100 Spiele mal 20 Euro, unser Einsatz, gleich 2000 Euro Einsatz. 44% Odds mal 100, der Pot, gleich 4400 Euro Gewinnerwartung. Daraus folgt, 4400 Euro Gewinnerwartung ist größer als 2000 Euro Einsatz. Und das ist, nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der Stochastik, eine Wette mit einer eindeutig positiven Gewinnerwartung. Also, eine spielbare Situation. Ein Gegenbeispiel. Nehmen wir an, wir hätten vor dem Turn einen Flashdraw in Kreuz. Es gibt 13 Kreuzkarten. 2 haben wir. Kreuz 7 und Kreuz 9. 2 sind im Flop, Kreuz König, Herz 3, Kreuz Dame. Also verbleiben 9 Outs und gemäß der 2-4-Regelung folgt daraus 9 mal 4, gleich 36%. In dieser Betrachtung berechnen wir nur die Kartenkombinationen, die zu einer signifikanten Verbesserung unserer Hand beitragen. Es macht in diesem Beispiel keinen Sinn mit zu berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine weitere 7 oder 9 auf Turn oder River uns ein Paar beschert, mit dem wir sicher nicht gewinnen können, da der Gegenspieler schon 100 Euro gesetzt hat, also vermutlich schon eine starke Hand hält. Der Gegner setzt 100 Euro. Im Pot befinden sich jetzt 120 Euro. Und wir müssen also 100 Euro setzen, um dabei zu sein. Die Pot-Ods sind hier 83,3%. Nehmen wir wieder an, wir spielen diese Situation 100 Mal. 100 Spiele mal 100 Euro Einsatz gleich 10.000 Euro Einsatz. 36% Odds mal 120 Euro, der Pot, gleich 4.320 Euro Gewinnerwartung. Daraus folgt, das ist eine Wette mit negativer Gewinnerwartung, also eine nicht spielbare Situation. Die Mathematik kann bei der Entscheidungsfindung also sehr helfen und vor allem eine korrekte Spielweise untermauern. Beim Online-Poker sind all diese Berechnungen aufgrund sehr kurzer Bedenkzeit nur mit wirklich viel Übung zu bewältigen. Beispiel für eine korrekte Spielweise und dennoch verloren. Du hast zwei Könige. Dein Gegner hat 6-9 suited. Du hast vor dem Flop 3000 Chips gewettet, denn immerhin hast du die zweitstärkste Starthand. Dein Gegner hat noch gar nichts. Hofft also auf einen Flash oder eine Straße und geht mit. Auf dem Flop Karo König, Pik 5, Kreuz 10. Situation. Du hast ein Set mit Königen, Drillinge getroffen und der Gegner nur eine weitere Karte zum Straight Draw. Du gehst mit 6000 Chips all in. Der Gegner called. Auf dem Turn kommt die Karo 8 und auf dem River die Herz 7. Situation. Eine Katastrophe. Denn der Gegner hat seine Straße getroffen. Du bist aus dem Turnier geflogen, obwohl du korrekt gespielt hast. Warum? Der Gegner hat eindeutig laienhaft und wie ein Anfänger Harakiri gespielt, weil er entgegen aller Wahrscheinlichkeiten auf dem Flop mitgegangen ist. Seine Chancen, Odds, die Straße noch zu treffen, waren viel zu schlecht und sein Mitgehen ein großer Fehler. Aber er hat doch gewonnen, wird jetzt jeder schlechte Pokerspieler sagen. Nun, die Antwort ist ganz einfach. Er hat nur unverschämtes Glück gehabt. Denn wie wird die Bilanz wohl aussehen, wenn er diesen Call auf dem Flop zehnmal hintereinander spielt? Wie oft wird er wohl das Glück haben, wieder Runner Runner zu treffen? Als Runner Runner bezeichnet man es, wenn jemand noch zwei Karten zum Flash oder zur Straße benötigt, die er dann auf dem Turn und den Trigger trifft. Wenn du korrekt spielst, ist das grundsätzlich völlig richtig. Wenn du dennoch verlierst, ist es einfach nur Pech und nichts zu ändern. Für die Mathematik-Flicks gibt es auch noch die Implight und das Gegenteil, die Reverse Implight Pot Odds für die Betrachtung bzw. Berechnung der noch offenen Wettrunden. Wir verzichten aber auf die Erklärung, da wir wissen, dass sich im realen Spiel nur die wenigsten Spieler auch noch damit auseinandersetzen. Zusammenfassung Poker ist ein Spiel für Könner. Über 90% gehören im Saldo zu den Verlierern. Glück ist auch dabei, aber es gleicht sich mit der Zeit aus. Wichtig und entscheidend ist, das korrekte Spiel zu beherrschen. Du brauchst Geduld, umfassendes Wissen, Erfahrung, Disziplin und ständige Konzentration. Tight is right, aber Poker belohnt auch das aggressive Spiel. Wenn du nach einer halben Stunde noch nicht den Verlierer am Tisch entdeckt hast, bist du es meistens selbst. Versuche jede einzelne Hand korrekt zu spielen und variiere deinen Stil. Es gibt vier Wettrunden. Lerne das Board zu lesen und versuche deine Gegner auf die richtigen Hände zu setzen. Ganz ohne Mathematik geht es nicht. Die Outs, Odds und Pot-Outs muss man berechnen können. Zur Erinnerung, die mathematisch korrekte Spielweise ist die mit der höchsten Gewinnaussicht. Das heißt, die Odds müssen höher als die Pot-Outs sein. Online-Turnierpoker Was gilt es besonders zu beachten? Wenn wir einmal die Turniere mit einem Buy-In von zum Beispiel bis 20 Dollar an den Zehnertischen betrachten und die standardisierten Auszahlungsstrukturen unterstellen, können wir allgemein sagen, die Turniere können drei, aber auch bis zu sieben Stunden und mehr andauern. Die Teilnehmerzahl ist zumeist auf 2000 Spieler begrenzt, die aber selten erreicht werden und davon sind nur circa 10 bis 15 Prozent der Plätze im Geld. Die Praxis zeigt, dass man nach zwei bis drei Stunden Dauer schon in den bezahlten Plätzen oder zumindest nahe daran sein kann. Nach jeder Stunde gibt es zum Beispiel eine Pause von in der Regel fünf Minuten Dauer. Die Bedenkzeit in den einzelnen Wettrunden beträgt circa 15 Sekunden und im Durchschnitt dauert eine komplette Wettrunde nur circa eine Minute. Für das Buy-In von zum Beispiel 20 Dollar bekommt man 1500 Chips. Diese werden dann an den Tischen als 1500 Dollar dargestellt. Online-Poker ist also ein rasant schnelles Spiel. Es werden viel mehr Hände gespielt als im Live-Game. Die Blinds beginnen zum Beispiel bei 10 Dollar und 20 Dollar, steigen alle 10 Minuten und stehen nach vielleicht fünf Stunden schon bei 30.000 und 60.000 Dollar. Also hast du zu Beginn Chips im Wert des 75-fachen Big Blinds und du solltest sehr bemüht sein, dass dieses Verhältnis nach zum Beispiel einer Stunde und wenn die Blinds schon bei 100 zu 200 Dollar stehen, nicht schon zu arg geschrumpft ist. Die Blind-Probleme werden schnell größer und größer, wenn dir zum Beispiel in der zweiten Spielstunde nur noch 3000 Dollar zur Verfügung stehen. Die rasant steigenden Blinds sind das Problem. Bemühe dich, jede Hand korrekt zu spielen und gerade für Anfänger gilt der Spruch Tight is right. Dennoch kannst du nicht ewig auf die besonders guten Starthände warten. Bedenke stets deine Position und versuche zumindest in der Late-Position auch weniger gute Hände durchzubringen. An den Tischen mit zum Beispiel relativ geringen Buy-In hat man es immer mit einer gewissen Anzahl von Anfängern zu tun, die oft hemmungslos und bis zur letzten Wettrunde auf fast alles setzen. Und dann gibt es noch den Freizeitspieler, der mehr an Spaß und Unterhaltung interessiert ist. Beide Typen spielen mehr oder weniger schlecht, jedenfalls nicht gewinnorientiert. Sie zerstören leider oft jede Pokerkunst und man kann ihnen nur mit guten Händen beziehungsweise dem besseren Showdown begegnen. Trotz der Schnelligkeit kann es auch langweilig werden und aus lauter Frust und Erwarterei auf gute Starthände fängt man dann an und nur um der Action willen schlechtere Hände zu spielen. Diesen Anfängerfehler solltest du in jedem Fall vermeiden. Spiele lieber zwei Turniere gleichzeitig, dann hast du genug zu tun und kannst deine korrekte Spielweise beibehalten. Du kannst nichts erzwingen und deine Chancen auf die beste Starthand stehen am 10er Tisch bei nur 1 zu 10. Umso weniger Sinn macht es an einem 10er Tisch die Hände zu spielen, die schon zu Beginn einfach zu wenig Potenzial haben. Hände wie ein Baby Ace, die in einem Heads Up schon toll wären, sind hingegen an einem 10er Tisch kaum spielbar beziehungsweise sehr bedenklich. Baby Ace, ein Ass begleitet von einer kleinen Karte. Bei einem Online-Turnier sind viele Dinge automatisiert und den Spielern werden Arbeit und Denken erleichtert. Das hat sicher Vor- und Nachteile. So gibt es online zum Beispiel den fehlerfreien und blitzschnellen elektronischen Dealer mit all seinen Aufgaben, die automatische Zeitmessung, die fehlerfreie Bestimmung der Rangfolge und Wertigkeit und die Anzeige der eigenen Hand. Wetten und Spielzüge Bluff, Semi-Bluff und Slow-Play Wir wetten, bieten beziehungsweise erhöhen, um mehr Geld in den Pot zu kriegen, Betting for Value, weil wir glauben, die stärkste Hand zu haben. Uns möglichst billig zu verteidigen, Defense-Bet, besser eine kleine Wette anbieten, damit der Gegner nur mitgeht, als zu schieben und dem Gegner Schwäche zu signalisieren, was ihn zu einem höheren Einsatz verleiten könnte. Einfach zu sehen, wo wir stehen und um Infos zu sammeln. Die Gegner aus dem Spiel zu schlagen. Grundsätzlich gilt, jede Wette muss an der aktuellen Potthöhe orientiert sein und den Gegner möglichst dazu verleiten, Fehler zu begehen. Es muss immer überlegt werden, was ist zu riskieren, um wie viel gewinnen zu können, wie bereits im Kapitel Odds und Pot Odds ausführlich beschrieben. Bei der Wethöhe werden immer viele Fehler begangen, zum Beispiel zu hoch, wenn es nur um die Blinds geht oder zu niedrig, wenn man den Pot mästen will oder zu niedrig beim Bluff. Der Bluff dient dazu, ohne eine gute Hand zu haben, dem Gegner das Gegenteil zu suggerieren. Er ist ein sehr starker, aber auch ein sehr gefährlicher Spielzug im Poker. Wenn wir nie oder zu selten Bluffen, laufen wir Gefahr, zu wenige Potts zu gewinnen. Bluffen wir zu häufig, werden wir schnell dabei erwischt und bekommen einen Call nach dem anderen. Die ideale Spielweise ist Tight Aggressive, gewürzt mit einigen Bluffs zur rechten Zeit. Der Call ist in aller Regel der Tod eines jeden Bluffs. Nach einem Call weiter zu Bluffen, führt in aller Regel viel eher zu hohen Verlusten als zum Erfolg. Wann ist ein Bluff sinnvoll? Den rechten Moment für einen Bluff zu erwischen, ist eine Kunst für sich. Allgemein gilt natürlich, dass ein Bluff immer dann angebracht sein könnte, wenn der Gegner Schwäche zeigt. Ein Bluff mit zum Beispiel 7-4 aus einer Early Position und mit All-In zu starten, ist hingegen sicher keine gute Idee. Eine gute Gelegenheit ist immer gegeben, wenn eine Scare-Card, Angstkarte auftaucht. Beispiel im Flop liegen 9-3-7 und es kommt eine neue High-Card, König oder als mächtigste Scare-Card sogar ein Ass. Dazu noch ein Beispiel. Du hast 9-7 Dein Gegner hat Ass-Junge Im Flop kommen Junge-3-Dame Der Flop verbessert das Blatt deines Gegners. Er hat getroffen und jetzt ein paar Buben. Auf dem Turn kommt eine 5 Der Turn hilft niemanden. Auf dem River liegt jetzt der Karo-König als die Scare-Card Angstkarte für deinen Gegner, die du mit einem Bluff repräsentieren kannst. Wenn du jetzt auf einmal höher wettest als bisher, muss der Gegner zu einem Bluff auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sein paar Buben jetzt geschlagen ist, entweder durch einen Karo-Flash oder durch ein paar Könige. Der Semi-Bluff Halber Bluff Diese Bluff wird mit einer Hand gesetzt, die noch schwach ist, aber zumindestens weiteres Potenzial hat. Der Vorteil liegt darin, dass ich entweder durch den Bluff gewinne und wenn das nicht klappt, eine zweite Chance durch die tatsächliche Verbesserung meiner Hand habe. Siehe das gleiche Beispiel wie vorher, aber jetzt hast du zu deinem reinen Bluff auch noch einen Flash-Draw vor dem River. Der Semi-Bluff ist weniger risikoreich, denn er bietet zusätzlich die Möglichkeit, auch ehrlich zu gewinnen. Grundsätzlich gilt, die Scare-Card-Angstkarte zu repräsentieren, ist eine gute Bluff-Möglichkeit. Ein Semi-Bluff birgt weniger Risiko. Ein Call macht jeden weiteren Bluff zum großen Risiko. Im Spiel mit Anfängern zu Bluffen ist oft sehr gefährlich, da zumindest meist einer dieser Spieler fast immer alles mitgeht. Gerade Anfänger sehen aufgrund mangelnder Erfahrung und Kenntnisse Poker als reines Glücksspiel an. Zum Beispiel ein Ass loszulassen bereitet ihnen schon große Probleme und sie gehen ohne Sinn und Verstand jede weitere Runde mit. Und wenn ihnen dann noch das Anfängerglück zur Seite steht, fühlen sie jede hohe Pokerkunst ad absurdum. Slowplay Bezeichnet ein Täuschungsmanöver, bei dem du den Gegner mit zurückhaltenden Wetten eine schwache Hand vortäuscht, obwohl die Hand sehr gut ist. Slowplay ist ein starker Spielzug. Wenn du zum Beispiel ein sehr teiter Spieler bist, wissen deine Gegner, dass du nur mit starken Händen spielst. Daher macht es wenig Sinn, bei zum Beispiel Ass-Ass oder König-König, also Monster-Start-Händen, sofort sehr hoch zu wetten. Du wirst dann keine Kundschaft finden, die deine Einsätze bezahlt und kannst mit deiner starken Hand nur die Blinds einsammeln. Das ist sehr frustrierend, denn so oft bekommt man keine Starthände der ersten Kategorie. Slowplay ist eine Sache des Timings und des Gefühls, ob man wirklich die beste Hand hält. Denn die Gefahr besteht natürlich darin, dass dem Gegner weitere, kostenlose oder billige Gemeinschaftskarten gewährt werden. Wie der Laydown, der Bluff und das Blindstealing gehört auf Slowplay zu den stärksten Spielzügen im Poker. Ideal immer dann, wenn die Karten des Gegners gut, aber eben nicht so gut wie die eigenen sind. Checkrace kann auch als Slowplay während einer einzelnen Wettrunde bezeichnet werden. Es dient dazu, mehr Geld in den Pot zu bekommen, denn ich habe dann in einer Wettrunde zum Beispiel zwei Erhöhungen statt nur einer, zum besseren Verständnis. Nach dem Flop schiebt der Spieler 1 Check. Spieler 2 setzt Bet. Spieler 3 erhöht Race. Spieler 1 hat jetzt noch einmal die Möglichkeit, in gleicher Wettrunde zu erhöhen und das ist dann ein Checkrace. Weitere Strategien Free Card, Change Gears und Blind Stealing Eine Free Card bezeichnet eine kostenlose Gemeinschaftskarte, wenn also nur durchgecheckt wird. Die Frage lautet dabei, will ich selbst eine haben oder möchte ich dem Gegner eine gewähren? Grundsätzlich gilt, dass es fast immer besser ist, keine Free Card zu gewähren, da immer die Gefahr besteht, dass der Gegner sein Blatt verbessern kann. Insbesondere gilt es, wenn das Board schon bedrohlich aussieht, also zum Beispiel Drilling, Flash oder Street Gefahr angezeigt wird. Change Gears bedeutet übersetzt die Gänge wechseln und gemeint ist damit, die eigene Spielweise, so oft wie es möglich und kostengünstig scheint, zu variieren. Der Grund ist einfach und liegt auf der Hand. Es schadet ganz erheblich, auf einen bestimmten Spielertyp festgelegt zu werden und die Gegner damit wissen zu lassen, wie sie dieser Spielweise am besten begegnen können. Grundsätzlich gilt, wechsel die Spielweise, zum Beispiel von Tight Aggressive auf Loose Aggressive. Beim Poker gilt, die Spielweise seiner Gegner möglichst gut einschätzen zu können, also darf ich umgekehrt auch möglichst wenig über mich selbst preisgeben. Blind Stealing bezeichnet eine Spielweise, die den Small und den Big Blind zum Aufgeben verleitet und dich in den Besitz der Zwangseinsätze Small und Big Blind bringt. Der Grund zu stehlen und vor allem aus einer Lit Position heraus ist einfach. Die Blinds sind Zwangseinsätze. Die Spieler in Position des Small und Big Blinds müssen sie bringen, egal welche Starthand sie anschließend bekommen. Diesen Spielzug muss man bei steigenden Blinds unbedingt beherrschen und anwenden. Insbesondere gilt das während der Turniere, in denen sich die Blinds zu sehr hohen Beträgen aufsummieren. Am einfachsten stiehlt es sich natürlich, wenn du in einer Late Position vor dem Small Blind sitzt und alle anderen Spieler bereits aufgegeben haben. Gegenwehr Angenommen, du hast in einer Blind Position eine schlechte Starthand und möchtest sich aber gegen Blind Stealing verteidigen. Dann ist die Gegenwehr das Re-Race als Bluff. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Blind Stealing handelt, erhöht sich natürlich, je näher der Spieler in einer Late Position vor dem Small Blind sitzt. Achtung, auch der Small Blind kann natürlich versucht sein, den Big Blind zu stehlen. Häufige und sehr entscheidende Fehler, eine Übersicht der größten Pokersünden. Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Es werden zu viele Hände gespielt. Je mehr Mitspieler, desto geringer der Wert deiner Karten, desto besser sollte deine Starthand sein. Es werden zu viele aussichtslose Draws gespielt. Noch zwei fehlenden Karten hinterher zu laufen, ist im Saldo total unprofitabel. Es mag mal gelingen, aber viel häufiger führt es zu immensen Verlusten. Die eigene Hand wird überschätzt. Schau dir die Rangfolge der besten Startkarten an und lasse die Finger von den nur wenig erfolgversprechenden Kombinationen. Fehlende Geduld Du kannst nichts erzwingen. Nur aus Frust und Langeweile vom korrekten Spiel abzuweichen und mittelmäßige oder gar schlechte Hände zu spielen, führt auf direkten Weg in die Verluste. Falsche Wettmuster Die richtige Wette anzubieten ist eine der größten Künste im Pokerspiel und erfordert viel Erfahrung. Die Extreme sind zu kleine Wetten erlauben dem Gegner eine billige und weitere Karte zu sehen. Im Gegensatz ist ein All-In nur um Blinds zu stehlen auch keine gute Idee. Zulesbar Du musst variieren. Eine geraume Zeit nur zu passen und dann hochzuwetten sagt mehr als deutlich, dass du endlich eine sehr gute Hand hältst. Spielweise zu Passive Spiel aggressive, solange du glauben kannst, die beste Hand zu halten. Zu Passive-Spieler werden von guten Gegnern einfach überrollt. Position beachten Gerade Anfängern ist es oft unklar, dass die Position gleich nach der Güte der Karten das wichtigste Kriterium ist. Je später die Position, desto wertvoller ist deine Hand. Mangelnde Aufmerksamkeit Ein Pokerspiel dauert oft viele Stunden und die kleinste Unaufmerksamkeit kann dich in nur einem Spiel deinen ganzen Stack kosten. Wie schnell ist es zum Beispiel passiert, dass man das Board nicht richtig liest und Gefahren übersieht. Stack ist die englische Bezeichnung für Stapel und bezeichnet deine Chips auf dem Tisch. Keine Berechnung Viele Anfänger setzen sich nicht oder nur unzureichend mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung auseinander. Daraus resultieren sehr viele Fehleinschätzungen. Lerne die Outs zu zählen und die Outs zu berechnen. Auf dem Flop sind mathematisch gesehen zum Beispiel nur die Open End Straight und die Flash Draws für sich alleine spielbar. Keine Notizen Es ist sehr hilfreich, sich während eines Pokerspiels Notizen zu machen. So werden die eigenen Fehler sehr viel bewusster und du kannst besser daran arbeiten, dein Spiel zu verbessern. Auch Aufzeichnungen über Gewinne und Verluste sind wichtig und hilfreich. Emotionales Spiel Egal, ob du dem Liebsten dich selbst oder deinen Gegner ohrfeigen möchtest. Emotionen sind völlig fehl am Platz und führen nur zu falschen Reaktionen. Wut oder Ungeduld sind schlechte Ratgeber. Wenn du keine guten Karten bekommst, solltest du auch nicht spielen. Regelfehler Mangelnde Kenntnisse im Poker-Regelwerk sind nicht nur peinlich, sondern in aller Regel auch sehr teuer. Zum Schluss noch einige wichtige Anmerkungen für ihr professionelles Pokerspiel. Liebe Pokerfreunde, nichts ist schlimmer und endet im Saldo verlustreicher, als sich emotionsgeladen und dabei gleichzeitig unsicher und planlos an einen Pokertisch zu setzen. Sie werden, wenn Sie die Inhalte nur dieses Seminars konsequent umsetzen, schon sehr vielen Spielern meilenweit voraus sein und können dabei nicht erfolglos bleiben. Sie werden sehr viel Sicherheit gewinnen und nie wieder plan- und hilflos und nur aus dem Bauch heraus agieren. Sie werden Fachwissen und Erfahrung kombinieren können und dann zu den Spielern zählen, die an den Tischen gefürchtet sind und nicht mehr nur als willkommene goldene Gans gelten. Wir sind sehr davon überzeugt und garantieren, dass die konsequente Umsetzung der in diesem Seminar dargestellten professionellen Handlungsweisen jedes planlose Spiel enorm verbessern werden. Viele Beta-Tester haben uns darin immer wieder bestätigt und wir möchten auch Sie gerne um Ihre Erfahrung und Meinung in Form einer Bewertung eines sogenannten Testimonials bitten. Bitte mailen Sie uns und gerne auch mit Foto. Wir veröffentlichen Testimonials regelmäßig auf unserer Internetpräsenz. Viel Freude und Erfolg beim Pokern wünscht Ihnen Ihr Pokerschule-Team. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017